So kann dieses Jahr für dich zum Besten werden. Es kann sich sehr, sehr positiv für dich entwickeln. Weil wir besprechen in diesem Video 5 Power-Tipps, die dich richtig weit nach vorne bringen können. Es ist wie die Welle, die dich dreht, wo du weniger Energieaufwand brauchst und schöne Resultate erzielen kannst. Und wir schauen uns vier Mechanismen an, die wir ab jetzt nicht mehr machen sollten. Und sehr viele Menschen in sehr vielen Unternehmen werden diese Mechanismen immer noch gemacht. Und viele wundern sich, warum der Energieaufwand steigt und die Resultate immer weiter nach unten gehen. Ich habe in diesem Video ein schönes Praxisbeispiel für dich, wo du siehst, welch wenige oder welche kleine Mechanismen zuständig sind für ganz große Resultate. Denn ich bin vor über einem Jahr in ein Unternehmen als Coach reingekommen. Die Ausgangssituation in diesem Unternehmen war katastrophal. Finanziell, von der Mitarbeiterstruktur, von der Führungsstruktur, von der Lieferantenebene, von der Kundenebene. Absolut katastrophale Situation. Und jetzt? Und jetzt macht es wieder richtig Spaß in dem Unternehmen. Das Unternehmen ist sehr, sehr gut unterwegs. Und wir schauen uns in diesem Video an, welche Maßnahmen, welche Mechanismen wir gemacht haben, damit sich das Unternehmen komplett gedreht hat. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Stark. Ich arbeite seit circa 30 Jahren als Coach in Unternehmen. Und wir merken es alle. Wir sind jetzt aktuell in einer sehr besonderen Zeit. Und Dinge, die bis jetzt noch sehr gut funktioniert haben, funktionieren ab jetzt nicht mehr. Und es ist vorteilhaft, wenn man weiß, was funktioniert ab jetzt nicht mehr und was funktioniert gerade ab jetzt sehr, sehr gut. Und da sind wir schon beim ersten Thema. Und diese vier Mechanismen greifen ab jetzt nicht mehr. Deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Der Grund liegt klar auf der Hand. Unberechenbarkeit und Unverlässlichkeit. Das heißt, wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Wird es wieder so wie vor der Krise? Wird es komplett anders? Wird es komplett neu? Und darum funktionieren diese vier Mechanismen nicht mehr? Erster Punkt, die Analyse. Bis jetzt hat man sehr gut analysieren können und hat gesagt, okay, das reflektieren wir jetzt in das neue Jahr und ziehen daraus unsere Schlüsse. Das geht ab jetzt nicht mehr, weil ab jetzt ist alles anders. Es strukturiert sich jetzt gerade im Moment alles neu. Der zweite Punkt, sich Ziele zu setzen. Ziele setzen kommt ja aus unserem Kopf. Wir reflektieren Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und das geht aus dem genau gleichen Grund ab jetzt nicht mehr. Denn wir wissen nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe kein Ziel und erreiche viel, viel mehr, als ich mir je vorstellen hätte können. Aber wie das ausschaut, das schauen wir uns dann an. Der dritte Punkt, langfristig zu planen, geht ab jetzt ebenfalls nicht mehr. Der Grund ebenfalls, Unplanbarkeit und Unverlässlichkeit. Und der vierte Punkt, Druck aufzubauen, um die Dinge zu erreichen. Wer jetzt Druck aufbaut, der erlebt, ab jetzt den drei- und vierfachen Gegendruck zurück. Das heißt, diese vier Dinge, Analyse, Ziele setzen, langfristig planen und Druck aufzubauen, sollte man ab jetzt eher vernachlässigen. Es gibt weit bessere Möglichkeiten. Und bevor wir uns jetzt das Beispiel von Raphael anschauen, wie der sein ganzes Unternehmen mit ganz wenigen Maßnahmen komplett gedreht hat, schauen wir uns jetzt die fünf Punkte an, die wir uns ab jetzt richtig weit nach vorne bringen. Wir kommen jetzt in das Zeitalter des Miteinanders, der Gemeinschaft. Und darum Punkt eins. Vernetze und verbinde dich mit anderen. Projekte, die jetzt aus der Gemeinschaft heraus entstehen, aus dem Miteinander mit anderen, die werden jetzt viel, viel erfolgreicher als Projekte, wo nur einer am Werk ist. Punkt Nummer zwei. Schau, was sind deine Talente und Fähigkeiten? Wo kommt bei dir Energie? Wo entsteht etwas? Was will durch dich umgesetzt und manifestiert werden? Schau ganz genau hin. Spüre hinein und erkenne, was pulsiert da? Was kommt da ganz genau? Und mach was draus. Punkt Nummer drei. Lerne zu tanzen. Den Tanz zwischen Aktivität und Ruhe. Sorg für Ruhe. Geh in die Natur. Lenk dich nicht ab mit Handy und Co. Schau, dass du im Kopf ruhig wirst. Dann wirst du merken, da kommt eine ganz spezielle Kreativität durch dich. Auf einmal hast du eine Idee, wo du vorher tagelang darüber nachgedacht hast. Also lerne zu tanzen zwischen Aktivität und Ruhe. Denke in Möglichkeiten. Je mehr du in Möglichkeiten denkst, desto mehr Möglichkeiten und Chancen ergeben sich, zeigen sich und umgib dich mit einem guten, positiven, produktiven Umfeld. Menschen, die etwas ähnlich wie du, positiv und optimistisch in die Zukunft schauen, die etwas an Möglichkeiten denken. Und wenn du dich mit denen allen vernetzen kannst und Projekte machen kannst, dann wirst du merken, wow, da entsteht auf einmal eine Energie, die ist nicht von dieser Welt. Und jetzt schauen wir uns das Beispiel von Raphael an, wie er mit drei einfachen Mechanismen das gesamte Unternehmen komplett gedreht hat. Das Unternehmen von Raphael ist kurz vor dem Aus gestanden. Und wir haben drei ganz wesentliche Maßnahmen gesetzt und so haben wir das Unternehmen komplett gedreht. Der erste Punkt, die erste Maßnahme war, eine Struktur zu setzen. Die Struktur im finanziellen Bereich, im Mitarbeiterbereich, im Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich und auch im Führungsbereich haben wir neue Strukturen gesetzt. Das ist wahnsinnig wichtig in einem Unternehmen. Die Strukturen so zu setzen, dass ein Unternehmen gut funktioniert. Wer ist zuständig? Wer ist verantwortlich? Wer schaut darauf, dass die Dinge funktionieren? Wir haben als zweiten Punkt den Fokus neu ausgelegt. Das heißt, wir haben geschaut, was wollen wir jetzt forcieren und stärken und welche Dinge wollen wir nicht mehr machen? Das heißt, wir haben uns vom Bauchladendasein verabschiedet. Wir haben unseren Fokus ganz klar ausgerichtet. Und der dritte und sehr, sehr wichtige Punkt. Wir haben geschaut, wo die Leute, zum Beispiel die Führungsleute, sind die in ihrer Kraft? Machen die das, was sie gerne tun? Wo ihre Leidenschaft ist? Und da haben wir gesehen, dass es eben nicht der Fall ist. Die Führungsleute waren am falschen Platz des Haars. Die haben das Falsche gemacht. Die haben Dinge gemacht, die ihnen keinen Spaß und keine Freude gemacht haben. Und das haben wir dann verändert. Und so haben wir dann Freude, Spaß und einen neuen Spirit bekommen. Und das gesamte Ergebnis im Kunden-, im Lieferantenbereich, in der Zahlenlandschaft und in der Mitarbeiterstruktur hat sich komplett gewandelt. Und in diesem Video siehst du, wie du deine innere Kraft mit drei einfachen Schritten ganz einfach aktivieren kannst. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viert die Servus, mach's gut!